Der Film darf nur exakt eine Minute lang werden. Wir dürfen die Kamera nicht bewegen gar nicht. Das Einzige, was wir machen dürfen, ist mit der Schärfe spielen. Die Ruhe vor dem Sturm. Ihr spielt es aber garantiert nie länger als eine Minute. Nein, nein, das haben wir ja ausgemacht. Da haben wir ja drauf gewettet, oder? Gut. Die ganze Chance beginnt, Streichholzschachtel, Matchbox, Big Ben, Schachtel groß. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, ich mag den Take am besten. Mal reinspielen. Autsch. Shit.